Hallo! In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Sennheiser Hörsystem an den Fernseher oder an einen externen Receiver anschließen können. Wenn Ihnen dieses Video zu schnell abläuft, dann drücken Sie einfach Pause, um dann Schritt für Schritt weiterzugehen. Schritt 1 ist ganz einfach. Das Anschließen am Sender. Als Beispiel nehmen wir einfach ein Set 830. Die Anschlüsse sind aber bei den anderen Modellen gleich. Auf der Rückseite des Senders stecken Sie links den blauen Stecker in die blaue Audiobuchse und rechts den gelben Stecker in die gelbe Buchse für Strom. Fertig. Eventuell sollten Sie Ihren Hörer über Nacht laden, da er nicht vollgeladen ausgeliefert wird. Aber für ein erstes Ausprobieren sollte es reichen. Wir gehen in diesem Video davon aus, dass Sie Ihr Hörsystem nicht am Kopfhörerausgang Ihres Fernsehers oder Receivers anschließen können, da entweder kein Anschluss vorhanden ist oder die Fernsehlautsprecher abgeschaltet werden. Zum Fernseher. Am Fernseher können die Anschlüsse manchmal etwas unübersichtlich sein. Wir zeigen Ihnen jetzt zwei Möglichkeiten, wie Sie Ihr Hörsystem anschließen können, auch wenn es am Fernseher oder am externen Receiver keinen Kopfhörerausgang gibt. Nämlich die Möglichkeiten über Chinch oder Skat-Adapter. Also Schritt 2. Hörsystem am Fernseher anschließen. Wenn Sie einen externen TV-Receiver nutzen, dann empfehlen wir dort anzuschließen, denn hier wird der Fernsehton zuerst empfangen. Allerdings haben die meisten TV-Receiver keinen Kopfhörerausgang. Aber ein Skat- oder Chinch-Anschluss sollte vorhanden sein. Fangen wir mit Skat an. Um das Hörsystem hier anzuschließen, nehmen Sie diesen Skat-Adapter. Sollte dieser nicht mitgeliefert sein, bekommen Sie ihn im Elektronikfachhandel oder dort, wo Sie Ihr Hörsystem erworben haben. Das Audiokabel mit dem blauen Stecker kommt in den Adapter. Und der Adapter in den Skat-Anschluss. Fertig. Sollte dies nicht funktionieren, kontrollieren Sie, ob es der richtige Skat-Anschluss war. Sollten Sie dieses Symbol, einen Pfeil, der in einen Kreis zeigt, neben dem Skat-Anschluss finden, wird dieser nicht für Ihr Hörsystem funktionieren. Neben dem Skat-Anschluss sollte dieses Symbol sein. Ein Kreis mit einem Pfeil, der hinaus zeigt. Dies gilt für die Skat-Anschlüsse am Fernseher sowie am externen Receiver. An neueren TV-Geräten findet man häufig nicht einmal mehr einen Skat-Anschluss, eventuell aber einen Adapter. Mit herstellereigenem Anschluss auf der einen und Skat auf der anderen Seite. Oder andere Formen von Adaptern, wie dieser hier. Sollten Sie keinen passenden Skat-Anschluss an Ihrem Fernseher finden, schauen Sie eventuell im Zubehör Ihres Fernsehers nach Adaptern wie diesen. Haben Sie einen solchen herstellereigenen Adapter, schließen Sie diesen dann an einen der handelsüblichen Adapter an. Und dann an Ihr Hörsystem. Kommen wir nun zur zweiten Anschlussmöglichkeit. Chinch. Sollte Skat nicht zur Verfügung stehen, gibt es auch noch einen Chinch-Adapter. Auch diesen Adapter empfehlen wir möglichst am Receiver anzuschließen. Aber am Fernseher wird es auch gehen. Schließen Sie das Kabel so an. Das Audiokabel mit dem blauen Stecker kommt in den Chinch-Adapter. Und dieser kommt dann in den externen Receiver oder Fernseher. Fertig. Aber auch hier gibt es eventuell Anschlüsse, die nicht funktionieren werden. Hier die Rückseite eines Fernsehers mit einem Anschluss, der zunächst farblich passend aussieht. Component In oder Audio In steht neben den Buchsen. Beide werden aber nicht funktionieren, egal ob am Fernseher oder am Receiver. Der richtige Anschluss ist Audio, Audio Out oder Analog Out. Auch diese sind häufig mit einem Symbol gekennzeichnet, das einen Kreis mit ausgehenden Pfeil zeigt. In seltenen Fällen kann es sein, dass Sie im Menü Ihres Fernsehers oder Receivers die Anschlüsse zunächst aktivieren müssen. Zu guter Letzt vergessen Sie nicht, die Lautstärke Ihres Hörsystems und vor allem auch die Ihres Receivers oder Fernsehers aufzudrehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.